Ich finde es einfach die Ruhe ist, finde ich, ein Wahnsinn. Dass man da einfach abschalten kann, vielleicht auch vom Alltag. Das gefällt mir eigentlich dem am besten. Meine Katze heißt Bruno. Er ist mein absoluter Liebling. Also wirklich verliebt. Der wartet auf mich, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Ich habe von meinem Papa mal so einen VIP-Sessel geschenkt gekriegt und eigentlich wäre der für mich gedacht, aber das ist halt jetzt der Katze-Lehrplatz. Naja, zum Beispiel, er hat, auch wenn er damals eigentlich schon in der Zeit war, wo er vielleicht gern fortgegangen wäre, hat er trotzdem mit mir das Barbie-Haus aufgebaut. Das macht, glaube ich, auch nicht jeder. Das ist schon schön. Viele Kunden sind halt so begeistert, weil ich halt immer gut gelaunt bin. Immer lustig, immer für einen kleinen Scherz aufgelegt. Das macht mich, glaube ich, aus. Ich habe es am Anfang nicht wirklich glauben können. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, einfach auf die Reise nach Hamburg und mich wirklich total gefreut und taugt mir voll da, dass ich da sein darf. Aber ich freue mich voll, wenn ich mich dann selber mal sehen darf. Willkommen bei Shenmue.